Sport ist unser Leben und er begleitet uns auf Schritt und Tritt. Nach jedem Spiel haben wir mächtig Muskelkater. Vom Öffnen der Bierflaschen, vom Drücken der Fernbedienung und vom Gas geben im Autokorso. Sport ist unsere Leidenschaft und nirgendwo kämpfen wir so verbissen, nie leiden wir so extrem wie auf der Tribüne. Nur beim Sport gibt's goldene Regeln und wehe, man befolgt sie nicht. Zehn Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie Schiedsrichter sind. Geh! 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 Langweilig! Wir fassen zusammen. Wir fassen zusammen.